Öffnen Sie den Bereich CRM Angebote und klicken Sie auf den Button Angebot erstellen. Als erstes geben Sie den Namen, die Phase und den Betrag an. Im nächsten Schritt geben Sie die Informationen zum Kunden an. Beide geben Sie Informationen zu Ihrem Unternehmen an. Zudem kann man das Angebot mit einem Lied oder einem Auftrag verknüpfen. Direkt her kann man zum Angebot Produkte hinzufügen. Wählen Sie Produkte aus dem Katalog aus oder erstellen Sie neue Produkte direkt her. Im rechten Teil befindet sich eine bequeme Zeitleiste, wo Sie alle Aktivitäten zu diesem Angebot erstellen und nachverfolgen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.